Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer? Steiner? Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Kaltel, Jürgen, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer sind Sie? Das hier ist Mardin! Sie bleiben befehlst du in den Leitzen! Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niedersträchtiger Treue oder Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken... Nichts als Feiglinge! Verreicher, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist ein Geschmack des deutschen Falsches! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademieen zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer gabel hält! Jahrelang hat das Militärmalar schon ihn nur behielt! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg geleckt! Es hat der Kump daran getan, von der anderen allerhöheren Offiziere liquidiert zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich das Geld ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an, wenn Sie so verraten und betrogen wurden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräterinnen bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie wird das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, dürfen Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Und ich fühle mich über die Kugel-Titel! Ich bin mit meinem Hass. Und ich bin mit mir! Und ich bin her! Und ich bin mit mit mir! Und ich bin mit mir! Und ich bin mit mir! Vielen Dank.